Herzlich Willkommen zur 77. Folge Krasstorio mit dem Maximilian, moin moin. Ich habe keine mittelgroßen Stromisten mehr, oder kaum noch welche. Da müsste man sich wohl mal ein paar anfordern. Das wäre vielleicht nicht so verkehrt. So. Stapelgreifer. Normale Greifer konnte man sich doch auch anfordern, ne? Also meinst du jetzt gelbe oder blaue? Blaue. Ja, blaue auf jeden Fall. Gelbe müsste ich jetzt doch nicht. Doch, klar. Ja, brauchen wir jetzt für die blauen und da werden sie angefordert. Ah tengan. Ich auch lohnen. Milch! wie viele grüne schildkreis haben wir noch auf jeden fall ausreichend anscheinend 130.000 werden wahrscheinlich ein paar abholen gerade ja so 5.000 was geliefert ist gut so haben wir und du forderst dazu noch an so wir mal gucken was mit dem immer sieht los ist da kommt nichts an ja immer sieht man beim atomkraftwerk minarit war hier und immer sieht man da ja immer sieht wo fliegt dieses zeug mal sind ach so warte mal die produktion hat man hier drüben irgendwo gebaut ok die sind zu lahmarschig dann halt mal spiedmodule und das zeug fliegt hier jetzt woanders wieder hin jetzt muss ich da mal auf die suche gehen da fliegt einer fliegt da hin fliegt da lang da sind noch welche da fliegen welche da fliegen welche da fliegen nur noch welche die fliegen viel zu wenig das wird bestimmt hinten bei meinen temporären dings liegen ja da und ihr seid viel zu langsam da ja 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 50 Stahlplatten auf 150 Stahlplatten auf 70 Nein, keine Stapelgreifung mehr Wieso verbrauche ich denn so viel Stapel? Was fehlt mir denn da? Oh, grüne Schildkreise Okay, vielleicht sollten wir mal hier von den grünen Schildkreisen von 200 auf 400 erweitern Stahlplatten Stielgierwills brauchen wir auch noch Stielgierwills, aber die waren relativ zügig produziert Transistorenprobleme gelöst Okay So, Stielgierwills Dann haben wir eigentlich alles hier So, dann fehlen jetzt da Kiste Knickern Zuck So, die da noch Was, 400, 500 blaue Blender? So viele brauchen wir noch Okay Wo braucht man ja so viele Bänder? Ja, du hattest doch zu dem unteren Feld komplett und das untere Feld auch komplett Da sind die alle noch Ja, warum sind die dann da noch? Haben wir davon keine mehr? Ich werde halt mal hinstehen und schauen was da los ist Scheiße, wir haben tatsächlich keine Schmiermittel mehr Das haben wir schon ewig nicht mehr Ja, jetzt haben wir tatsächlich kein Schmiermittel mehr Ups Äh 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 Äh, was? Da war gerade ein kleiner, äh, Tonaufsetzer bei dir? Äh Äh Da kam das eh an Ja Wie du gesagt haben solltest Ne, hab ich nicht Was können wir denn da machen, ne? Ich hab einen Vorschlag, aber der wird ja nicht gefallen Weil es liegt eigentlich am, am, am schweröl Einzel, was wir nochmal machen könnten, da sich ein bisschen was angesammelt hat Und die letzten beiden nicht arbeiten Dass wir da einen Bypass lehnen Aber das wird mehr, äh, Schein und Rauch sein Als das es wirklich massiv was bringt Ne Das bringt vielleicht kurzfristig mal einen ganz kleinen Schub, aber dann war es das auch wieder Und das stimmt auch wieder, also Ich glaube wir haben nur eine Möglichkeit Ne, zwei Möglichkeiten Aber die eine Möglichkeit hast du schon abgelehnt, weil du sagst, dass du willst, äh Äh Noch kein Subnetz bauen Äh Das heißt die andere Möglichkeit wäre einfach mehr Raffinerien Hier anordnen stelle zu setzen Ja, dadurch kriegen wir mehr Schweröl, aber zwar auch alles andere Was wir eh schon zu tun haben, aber wir sind doch klar vom Apfel sich Aber halt mehr Schweröl Es gibt glaube ich noch eine andere Möglichkeit Und die Meere Lass mich mal ganz kurz gucken Soweit ich weiß Kann man mehr Öl nur aus Schweröl herstellen Soweit ich weiß kann man mehr Öl nur aus Schweröl herstellen Wo bist du denn Hier hinten bei mir Ja Ich habe da eine Idee Es gibt eine Möglichkeit Ich hoffe ich habe jetzt kein Ding wieder drin, dann blamiere ich mich jetzt Kohle 25 Schweröl und 50 Dampf machen 90 Schweröl Kohleverflüssigung Du stellst aus 25 Schweröl 90 Schweröl her Mit Zugabe von Kohle Und halt Dampf Da Tu mir bitte mein Gefallen Geh mal hoch Hol mal 5 Fässer Schweröl Ich guck mal ob ich was basteln kann Ich guck mal ob ich was basteln kann Ich bin ein Held Ich bin ein Held 2 3 3 4 5 3 3 3 4 4 5 von diesen bild von diesen drei jahre drills dann haben wir erst mal ein wirklich nur ein einziges eisenfeld gepumpt er gewinnt fünfmal schwer sehr schön also die dreier dinger benutzen noch nirgendswunder nein ich habe die ja noch nicht angefordert gut für was brauchst du dir ich hatte überlegt wenn ich das eisen erzfeld was richtung dampfmaschinen älter stromproduktion ist das voll zu bestücken und das wollte ich dann halt gleich mit dreier machen weißt du wie teuer die scheißdinger sind die wochen titan titan ist momentan brauchst du sag mal nur eine kleine produktion war kleine titan produktion ja titan ist aus immer oder in oder immer sieht das was ist ein produktion aus beiden ja oder aus ja weil wir haben ja nur eine winne davon wenn wir für alles und dann die balance der produktion auch für alle die wir vorkommen die wir auf der insel machen würden dann hätten wir damit auch kein problem mehr das ist oder wie dann wäre es wie eisen oder tupfer wenn ich mal kurz eine vermutung anstellen will du willst mit dem fünf schwerölfässern in sich geschlossenen abgabepreis machen richtig das heißt wir bräuchten ja jetzt mal ganz kurz überlegen du hast nicht so viele steine dabei steiner kann dir alles aber steine habe ich nicht kannst du ja mal anfordern ich überhaupt im bereich so flair stacks und sowas haben wir ja ja wir haben wo sind die verkackten moment moment und jetzt das war wohl meine ok deine steine holen können ich muss noch kurz überlegen ich brauche so erstmal ein paar zwischenprodukte so die zum beispiel brauche ich das brauche ich ein bisschen was schon mal steine hergebracht haben wir überhaupt steine ach so du kannst du mit dabei nachgucken ob das geliefert wird wir haben null steine schweiz auf die armut hier der stein brauche ich denke mal das reicht mir schon das war schon immer so lang von hier bis nach hier oben das war schon immer 20 so 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 ich muss ja mal ein blut in die ihn setzen das ist vernünftig so 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 da einen da einen der ist falsch der muss noch das ist das ist doch egal der muss dahin genau so muss so muss und du musst mit deinem buch und leider ich will aber nicht dann brauche ich da so ein kommt lang wie viel kohle brauchst du zehn kohle in fünf sekunden ok so was aber auch noch dann so so hat man nicht hier so 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 und dann was fehlt jetzt noch die da oben schweiße den 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 und dann können wir einfach von denen mal ganz blöde nach da gehen und dann sollte das hier eigentlich passen haut rein bis nächstes mal